Leute, heute spielen Ben und ich eine freshe neue Folge Minecraft, aber wenn wir Mobs killen, bekommen wir deren Effekte. Und zwar bei diesen Kollegen hier, den... Ich will den Vielfraße-Effekt, Elina. Oh man, ich will den auch. Ich hab so geile Tortellini in meinem Kühlschrank. Hast du das nicht verstanden gerade? Ach so. Weil ich dich killen wollte. Elina. So, wir holen uns als erstes ein bisschen Holz, damit wir den Eisengolem killen können, weil der hat einen krassen Effekt. Der ist krass am Ende. Der hat einen krassen... Ja, einer der krassesten ist es sogar fast... Der hat keinen Eisenpupen. Pupen? Pupen. Das wäre lustig. Guck mal, hier ist genau der Biom-Übergang, ne? Den siehst du am Gras. Ja, bei mir fängt das aber erst hier an. Echt jetzt? Ja. Lö, bei mir nicht. Let's go. Äh, Katze, gibt's auch... Irgendwie da wieder Minecraft auf Wisch spielt die hier, die illegale. Weißt du mal, wo früher Leute so Minecraft illegal gespielt haben? Wie hieß das nochmal? Cracked. Ach ja, Cracked stimmt. Da willst du da die 3 Euro spart. 3 Euro, das waren 15. Und außerdem konntest du Minecraft... War Meinschaft nicht am Anfang kostenlos oder so? Ja, du konntest es aber halt nur über PaySafeCard und über Kreditkarte kaufen. Echt? Das war der eigentliche Grund. Ich hätt's ja gekauft, aber ich konnte... Ach, du hast das, Elina, illegal! Äh, also ich meine, ich kenne eine Freundin, die hat das so gemacht. Was, Laura etwa? Erster Effekt. Hast du einen Effekt? Hä, ich hab noch Holz abgebaut. Hast du einen Effekt? Ja. Danke, Elina, für den Effekt. Ich hab Stärke 2 bekommen. Korrekt. Ja, jetzt hau mich mal auf K.O. Hau mal. Hau mal ruf, hier. Hättet ihr seid won't, oder? Stärke 2 ist schon heftig. Oh, na, ein Herz hab ich überlebt. Jo, ich hab Versprecher 2 bekommen. Jo, Junge, hör doch mal auf. Ey, ich hab 5 Eisen gekriegt, woher? Von dem Eisengolem. Ach so. Ja, aber du sollst doch die Effekte kriegen, das kriege ich... Ey, guck mal, was nimmst du dir... Hä? Ich wusste gar nicht, dass Schmieden ja diese Art von Dörfern sporen können. Sind hier Dias drin? Geil! Ja, 10 Stück hab ich rausgenommen. Warte, Ben. Äh, Katze. Geh mal auf die Katze los. Was ist, wenn... Haben wir hier eine Katze? Eine Katze haben wir hier. Hier, guck. Katze haben. Ja, musst du killen, kill du. Ja, das bringt ja nichts. Ich hab keine Waffe, ne? Ja, ich hab keine Waffe mehr. Aber eine Katze, die rennt immer weg, das ist schwierig. Aber willst du nicht mal killen? Vielleicht krieg ich den Effekt, wenn du es killst. Ach so, ja, okay, 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 okay. Jeder kriegt den gegenseitigen Effekt, weißt du? Aber der rennt halt, die rennt halt weg. Ich hab Schnelligkeit 2 jetzt. Jo, ich hab gar nichts. Melina, wir werden dir jetzt die Superkräfte organisieren. Ja. Ich mach das für dich. Ah, Eben! Alter, ich hab so den direkt von dir bekommen. Der hat sich schneller umgedreht als Lucky Luke. Kennen die Kids überhaupt noch, Lucky Luke? Ich muss den Effekt kriegen. Ja, ja, du kriegst den. Ja, Effekte! Wie tankt denn der? Ah! Ja, ich hab's gekriegt! Jawohl! Ein Huhn, ich kann dir direkt noch einen geben. Ja, gib mir einen Huhn! No! Huhn! Hau rauf! Ja! Jetzt hab ich sanfter Fall bekommen! Wuhu! Okay, als nächstes... Ich kann dir noch einen geben. Noch einen? Nein, Spaß. Äh, ich hab geblüfft. Wir machen richtig krasse Effekte jetzt. Lass mal zum See. Ich hab Hunger. Katze, da ist die Katze, Ben! Oh, praktisch, ja, ich bin dabei. Du musst die Kat, Katarina. Hier ist die Kat. Warte, ich lock sie an. Mit was? Achso. Mit der Glocke, wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Ich bin bei einer anderen Katze. Ach, da, da, ich seh sie. Attackiere. Mehrere Katze. Schauvoll ist, ehrlich gesagt, voll Kacke. Nee, das ist schon praktisch. Ja, aber irgendwie auch Kacke. Die rennen weg von mir. Ja, ich weiß. Ah! Ja? Jawohl! Jawohl, jetzt hab ich Speed! Ich hab auch Speed. Oh mein Gott. Wir haben beide Speed. Ja, diese Mod ist verrückt. Ja, Minecraft aber die Mod ist verrückt. Minecraft aber die Welt ist komplett bescheuert. Okay, wir brauchen Heu, Edina. Ich hab Hunger. Ich esse am liebsten Heu. Das stoppt mich einfach so beim Heu. Ja, genau. Ah! Alter, so schnell craftest du? Mann, bist du krass. Oh Mann, Craft Wettbewerb machst du mir. Nee, zu spät. Kein Bock mehr. Oh, drei Brote reingezümmert. Warte, ich hol mir noch mal ein bisschen Holz. Hier von diesem Haustier leider. Tut mir leid. Jetzt mal ein Spornpunkt mal hier. Ja, I don't know. Was gibt's noch an der Oberbürste? Kripa-mäßig. Ja, wir müssen, glaube ich, warten. Karpfen kriegen wir easy. Wir müssen, glaube ich, warten, bis es Nacht wird. Nein, Karpfen machen wir erst. Okay. Dann ist der einfach an Water. Okay. Komm mal mit, Ben. Folgen Sie mir auch noch, völlig. Da hinten ist Wasser. Und vielleicht ist da ein Karpfen, aber das sieht nicht... Das sieht mein Anglerauge, das sagt, das sieht nicht tief genug für einen Karpfen aus. Karpfen werden sehr groß, sagt Ben, der noch nie in sein Leben gar Geld hat. Boah, ich hab mal einen Karpfen... Aber ich hab anderen schon zugeguckt dabei. Ich hab mal einen Karpfen in Hannover gesehen. Das war krass. Ja, es gibt in Städten, in Berlin auch. Die kommen immer an die Oberfläche, wenn die Sonne scheint. Die Sonnen sich nehmen. Ich Tiere sonnen sich. Katzen zum Beispiel auch. Boah, krass, Alter, Ben. Du bist ein laufendes Lexikon. Naja, geht so. Du bist das Mexikon. Nee, das ist hier, Edina, das ist hier. Wir brauchen einen Fluss oder einen Ocean. Das ist hier Käse. Ja, das ist hier ganz großer Käse. Du hast schon mal einen Feuerstein. Fred Feuerstein. Lass mal einen Eimer eigentlich doch auch machen direkt, oder? Wieso einen Eimer? Ich hab Slowfall. Hä? Für ein Portal. Was bringt dir das Slowfall? Ach so. Hey, das ist neuer Negativrekord oder so? Wie Negativrekord? Hey, das ist Safe Rekord. Ich hab 16 Kies abgebaut und kein Feuerstein. Hey, ich mach hier grad einen Weltrekord, Edina. Ich hab 19 Dinger abgebaut, ohne eins zu kriegen. Alter, wenn du zischst. Oh, jetzt hier beim 20. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was für eine Droprate haben die? Ich weiß es nicht, Ben. 19 Dinger. Nichts bekommen. Ich hab aufzurechnen. Ab an den Calculator. Ich hab mir dummerweise eine Eisenachse craftet, anstatt mir einen Eimer zu craften. Aber Fehler sind passiert. Schaffst du, Ben? Sauber. Sneak. Sneak du mal. Ah! Mein Gott, das war eine Multi-Explosion. Ich hab gleich drei Explosionen. Gott, der ganzen Item-Satz, das kippt in den Tobi oder hat's alles gelöscht? Okay, ist alles gelöscht worden. Die erste Explosion hat ich gekillt und die zweite und dritte, die Instant-Shut-Fan, haben alles gelöscht. Was war denn da los? Hä? Auf einmal waren da fünf Explosionen auf einmal. Ja, weil ich halt gedrückt gehalten habe. Ich wusste ja nicht, dass es da wäre direkt hinten. Ach so, scheiße. Ich hab eine Steinpicke. Ja, ich kann, dass wir beim allerersten Tobi den Rekord gesetzt haben, der seitdem nie wieder gebrochen wurde. Ja, das stimmt. Das ist peinlich, aber ist so. Hast du deinen Timer ready? Ich bin ready. Mach einmal, mach einmal. Okay, ich mach und dann machst du. Ja, gut, gut, stark. Jetzt schnell. Sehr gut. Bin fertig, oder? 20. Das wäre fast ein neuer Rekord gewesen. Schade, Marmelade. 20 war knapp, Alter. Kannst du mal deinen Kasten... Aber das ist für dich ein neuer Rekord. Ja, das kannst du haben. Das war auch gut gegossen, hier sage ich so, wie es ist. Gut gegossen. Aber ich sage auch ehrlich... Das ist eine Spinne, Ben, das ist eine Spinne. Ja, ich kill die, ey. Ich komm mit. Huff da, Huff da. Boom. Nachtsicht. Ich hab's. Ah, wir haben es beide gekriegt. Nice, okay, nice. Lass sie mich in Ruhe spinnen, ich will sie nicht killen. Das ist alles verbuggt. Hast du noch einen Eisen, Ben? Negativ. Da hast du aber einen Creeper, guck mal, da hast du einen Creeper, dann können wir uns sprengen zu Eisen. Warte, Lina, komm mal her, komm mal her. Ja? Ich hab hier was gesehen. Ich kümmere mich um Eisen. Hör, mein Effekt ist weg. Ja, bist du nicht auch gestorben? Nee. Dann creep den Killer nochmal. Machen wir das Sneaker, ein Sneaker. Ah. Ja, ich hab's bekommen. Wir rennen 20 Hasken hinterher, die können wir chillen, bitte. Zack, 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 zack. Guck mal, die Eisen, bitte, ey, danke. Und Diamantöl. Da ist Eisen, geil. Es hat geklappt, Ben, es hat ernsthaft geklappt. So, was ich aber erzählen wollte, das mit diesem Gießen-Rekord, das hängt natürlich auch stark davon ab, ob du unter dem Wasser direkt Obsidian-Blöcke bekommst, weil das zwei tief ist. Unter dem Wasser? Machst du mit Wasser ein Lava-Gießportal? Nein, du kippt da, wo das Wasser ist. Ach so, ja. Kann doch da runter Obsidian spawnen, wenn das zwei tief ist, oder halt Stein. Und das, das kostet ja mehrere Sekunden, wenn das kein Osten bedingt ist. Ja, stimmt, da hast du recht. Äh, so. Haben wir Eisen? Ich hab zwei Feuers da, ne? Falls er groß ist, doch. Nee, einen. Ich hab gelogen, zack. Ich hab gelogen, sorry. Hier hin und dann legen wir das Eisen hier rein und dann haben wir unseren Feuerstock. Feuerstock. So, was gibt's jetzt? Piglins, Piglin Brutes, noch was? Eigentlich gibt's noch den Endermann, aber ich sehe grad keinen. Ja, den werden wir ja da vielleicht in diesem Forest-Bums finden. Warped Forest. Warzenwald. Feuerzeug. Komm, Nina, lass uns in den Warzenwald. Warzenwald. Wie ist ein Karpfen? Karpfen. Mach mal. Das ist ein Lachs, Ben. Ach so. Hä, wie sieht ein Karpfen dann aus? Ja, so bräunig. Ach so, hell, ne? Hellbraun, ja. Beige. Ja, beige. Hm, sind gibt's nicht auch. Zu deutsch, Beige. Beige ist deutsch. Ja, aber ich hab immer Beige, Beige ausgesprochen. Beige ist aber eine andere Farbe, oder? Beige? Nee. Ich meine, das ist was anderes. Beige. Ich bin ja auf der Suche, die nach dem Schwingen lockt. Also, ich bin auf der Suche nach dem Piglin. Oh so, ihr hört spannend. Die werden dir halt Dolphins Grace geben, vermute ich jetzt mal ganz stark. Ja. Glowstone. Sammelpilz für eine deftige Pilzsuppe. Oh, guck mal. Hier ist ein Piglin, Ben. Hier ist ein Piglin. Hm. Kommst du mal her, bitte? Green, ja, komm mal. Bin ohne Gas. Haben Gas was? Nee, Gas haben gar nichts. Die sind luschen. Warte, der Piglin. Sind doch gar keine... Blazes. Haben Blazes was? Ja, Blazes haben safe was. Hier, ah, er greift mich an. Boah, der ist übelstark, Ben. Vielleicht kann ich ihn nicht mehr hitten. Wo ist Leck? Ach, es hat mega geleckt. Hast du den Effekt bekommen? Hast du ihn bekommen? Ja, Junge, Lina. Alter. Jetzt ist er weg. Oh, das war aber schnelllebig. Das war nur ein kurzer Effekt, aber reicht ja. Oh, aua. Ich war vom Gold geblendet. Ja, nein, sorry. Ich hab dich aus Versehen selber weggesprengt. Ey, du! Nein, ich bin gestorben. Wir müssen da hinten hin, zu den Blazes. Kannst du auch ein Parodies-Song kommen? Aua, Alter, Alter. Alter, Alter. Ich hab keine Spitz... Scheiße, Lina. Da hinten. Warte, wir konnten da hinten einfach lang. Ich hab einen Fehler gemacht. Was hast du gemacht? Na ja, ich hab mir einen Eisenheim gecraftet. Jetzt haben wir nicht genug für einen Eisenspitzhacken. Jetzt können wir das Gold nicht abholen, bis du da gespawnt hast. Ja, ja, egal. Das brauchen wir eh nicht. Ach so, ja, so gut. Da hinten geht's auch... Wir müssen noch die Blazes... Ach so. Ja, da hinten geht's auch rein. Viele Feger führen nach Rom. Viele Feger fegen den Fegefeuer. Hä, Ben, wieso bist du so schnell? Alter, du hast voll das krasse Movement. Ich fühle mich, dass das immer jemand erkennt. Bin drin. Alter, Dias. Äh, Eisen. Jetzt haben wir auch wieder Eisen, Ben. Und eine Dia-Pferderüstung. Die wollte ich schon immer. Die hab ich uns zum Geburtstag gewünscht. Noch eine Kiste. Ich darf halt nicht sneaken. Das will ich halt immer machen. Goldharnisch. Ben, wo bist du? Ich hab die dritte Kiste hier. Und da wird ihn jeder... Die vierte. Ja, moin, jeder war Müll drin. Ich glaub, in jeder war auch dasselbe drin. Ben, hier ist ein Blaze. Ich hab einen. Der Wuppest. Ah, da. Hier. Ich hab nicht genug Blöcke. Ich auch nämlich. Und ich darf nicht sneaken. Du musst hier hin. Ach doch, ich hab genug. Hier hin. Ich hab grad fast runtergefallen. Spring hier rüber. Das ist ein Fünfer-Sprung. Warte, das schaff ich. Zack, guck, Ben. Komm, wir können hier rüber. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hier, hinter dir. Bist du blind? Da. Ja, komm hier rüber. Bist mir nicht angezeigt. Hallo? Da ist ein Ender, Mann. Ich hab grad... Nee, ich seh dich nicht. Bist du hier? Jetzt gehst du durch mich durch. Ich seh dich nicht. Ich bin da vor. Okay, guys. Komm, hier. Ach so. Genau die Richtung. Ja, ja. Jetzt rechts. Ja, da ist sie. Da ist sie geradeaus. Geradeaus. Hier ist ein Spawner. Jawohl. Und jetzt kill mal. Hallo. Feuerschutz. Uh, jetzt kann ich hier durch. Durch rasieren. Und du kannst jetzt Feuerkugeln schießen oder was? Weiß ich. Oh. Boah, nee. Ich kann, äh, ein Feuerblast machen, wenn ich sneake. Aber irgendwie auch nicht immer. Ich bin bei einem Enderman. Soll ich den fetzen? Nein, da bin ich schon dabei. Oh nein, man kann kein Boot aus den Kackwürrbrettern machen. Warum bist du denn ein Brot? Ach so. Brot? Nee, ein Boot. Damit wir nicht sterben, maybe. Ja, wenn wir zu zweit auf die Nacht ruflauen. Kann man den auch so angreifen eigentlich? Nee, der ist zu groß. Was rennt das denn hier? Du darfst nicht sneaken. Wenn du sneaks, machst du Feuer. So, so. Aber ich muss liegen, sonst habe ich keine Range. Nein. Der ist hier da oben. Ja. Hast du was bekommen? Hast du was gekriegt? Was soll ich denn können? Ah, guck mal. Ah, man kann Teleporterino. Ja. Ups. Uah. Guck mal, ich teleporte Reno mich hier durch die gesamte Welt einfach. Und sterb dabei. Hey, das ist mein Effekt. Nee, Mann, das ist doch da. Nee, ich kann auch immer noch. Ah, nee, ich konnte nur einmal. War ein Witz. War eine Lüge. Ich kann uns Goldausrüstung machen. Ich habe was, ich habe was, Benni. Ich kann es, ich kann es machen. Ja, was denn? Ich kann nicht, Kelly, Kelly, Kelly. Hände, 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 Kelly, Kelly. Oh, ich habe mich aus der Seen teleportiert. Ich habe Shift gedrückt. Ich bin so. Ey, das ist auch ein Blut. Ey, ich habe den Effekt trotzdem bekommen. Ich habe jetzt Stärke 2. Denina, ich bin hier irgendwo im Nichts. Ich habe mich durch die ganze Welt teleportiert. Die Kamera ist aus. Mann, ich habe, weil ich mich erschreckt habe, gesneept. Ich fand das eigentlich so lustig, aber ich konnte nicht lachen, weil ich so konzentriert war, den zu killen. Ben, Kelly, Kelly, Kelly. Weg. Ich bin abgezogen, ey. Gar kein Bock. Damit haben wir alle Effekte, die möglich waren, haben wir ausprobiert. Am geilsten fand ich den Creeper. Weil der war eigentlich auch mal praktisch. Die anderen haben uns alle eher gekillt. Das ist ja heilig. Wird durch Blaze-Driver gestorben. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr das bringt einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich riesig freuen. Das bringt ein Abo da drauf. Freue ich mich umso mehr. Haut rein, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.